Christi zurück bei Sirius Sam. Wir sind irgendwo am Arsch, der hat abgestürzt und nun ja heißt es unseren Müll wieder zusammen zu suchen. Die Musik ist aber geil. Oh. Haben wir da hinten irgendwas? Ich hätte was. Da. Hö. Ah. Wo? Da. Oh. Bam, 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 bam. Sack. Oh, na. Bam, bam. Bam, 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 bam. Da bin ich. Da da bin ich. Äh. So, weg damit. Braucht keiner. So. Okay, das ist lustig weiter, die Scheisse. Äh. Äh. Wo? Da. So. Heilung. Ah, Rüstung. Wollt. Oh. Äh. 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 Uuuuhh Da kann aber nix dafür FLECH so just try to hurt me now ich schätze dann spinnen die kleinen so da hinten steht der ticke ich weiß schon was das für level abschnitt ist der wird lustig und ja nicht vor der strecke abweichen weil sonst werden wir gefressen so ja so ja ja genau au au sehr gut so ja ich weiß dass da hinten einer mal schei da war jetzt da gern aber ohne die aliens ja 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 gut ja und Au! So! So! Ah! Ich habe mal gekommen gehört, aber irgendwie war jetzt blöd, dass ich ausweiche. So, hör doch mit dir, du Depp. So, sehr gut. Dann komme ich ja nicht mal zum Laden. So! 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 Und schon wieder ist uns immer Uniforst ausgangen. Toll! So! 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 Aber irgendwie hätte ich jetzt schon wieder los den Schwierigkeitskader auf für Talmitte. Es ist mir doch überhaupt nicht zu leicht. Was ist das? Da ist einer. So. Schauen wir mal, ob wir da irgendwas passendes finden für uns. Bisschen was. App 6. Wow. Der hat Appetit, ne? Oh na. Ja. Ja. Hilft nix. Wir müssen es mit der Doppelleifigen zufrieden geben. Tut mir wahnsinnig glatt. Boah. Schein. Ah. Sehr schön. Ah. Dreck. Au. Ah. Ah. Wee! Oh! F6 Und wir haben gespeichert So Also scheiß wieder zurück War ja schöner Ort eigentlich Aber naja Pasch, 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 pasch Junge, das denke ich mir schon lang Wer braucht schon Urlaub Wenn man einen Raketenwerfer hat Ah So Raketen Manch einer Wer wo? Hatten schon wieder Ah Das ist also ein Stegel in dem Spiel Wo ich mich frage was die Entwickler da dabei gedacht haben Nichts So Da hinten durch Guck mal Da ist was dran Amal Zwar mal Wir laden aber jetzt nochmal zurück Holen uns noch ein paar Raketen Die müssen Da irgendwo bei uns sein Dann holen wir uns Dann werden wir schnell Speichern Da Sehr schön Mal kurz nach dem Blick Ich bin das mit meinen Pranken nicht gewohnt Dass ich die ganze Zeit am Aushalt Und eine Tastatur Weil ich ja ein Konsolenkind bin Darf man das so sagen Aber mittlerweile macht man selbst PC spielen wirklich Spaß Gebe es da nicht immer wieder mal Probleme mit dem Aufnahmeprogramm Naja Gebe es da nicht immer wieder mal Gebe es da nicht immer wieder mal Gebe es da nicht immer wieder Da haben wir noch 200 Schuss zu fahren. Das ist nicht viel. Wir müssen sofort da weg, sonst hat uns der Wurm. Hübsa! 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 denn da noch Aber hast du raus, jetzt können wir Geizereografen und uns nochmal auf Magazinen mit Raketen? Shit! Wo ist der Oemel? Wieder Zahn! Ich hab da verkehrt, KI's die in der Level Architektur hänger bleiben, jetzt haben wir einen Beweis. Au! Aber ich glaube, ich werde heute noch öfter durch die Luft segeln. Gibt's da irgendwas? Nö! Bam, 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 bam! So. So. Tohint nume. Na Sam, jetzt sagst du aber nix, he? Jetzt bin ich mal enttäuscht von dir, ehrlich. Ich hab so viel gehalten von dir und jetzt der ist. So. Hm, den werden wir noch brauchen. So. So. Und Tor nur in dem Kreis bewegen da. hau ruck genau da muss doch fast schnell sein zwei Wochen haben wir gespielt und dann fangen die Finger ins Wedon naja ja Sam, schau noch da, ich waffel du waffel siebenundfünfzig wow bamm 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 eins noch mal und dann bamm 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 schauen wir zuerst die die sexy Frau loswerden wer der sexy bezeichnet hat sowieso Tomaten auf die Augen beziehungsweise das ist leider an irgendeiner sehkrankheit dass sie ab r bamm die 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 sehr FLECH! Hier kommt die Braut! Wo ist denn die dumme Sau? Skelette im Nachkampf ist das unerträglichste was es gibt. Dir sag es, Raketen. Na gut. Ich bin ja mittlerweile schon mit sowas zufrieden. Üuh. Junge, ich hab mir gedacht, ich hab den schon rauf geholt vom Himmel. Okay. So. So. Ja. Keine Raketen mehr. Komm runter. So. 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 Wir starten uns jetzt einmal mit allen aus, was wir da finden. So. Minigun. Gesundheit. Minigun. Na. Rüstung. Oh Gott. Tut mir da mittlerweile die Finger weh. Erleicht. Flatsch. Sehr gut. So. 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 . So. 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 . So. 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 sie ist nervtötend einfach so ungefähr besuch beim zaun aus einfach nur lästig und immer in der sonde dumme kuhn ehrlich es ist zum schreien als wir uns im minuten morg wissen jetzt wird sie wubitu wubitu da frisk pleidl naja was ist mit einer prächtigkeit na gut immer weiter da liegt was da ist ja was da da also der ist der spawn was jetzt kommt der ist einfach nur krank krank wir werden raketen brauchen ok los geht's warte mal verbessere idee ich log jetzt zuerst immer alle da bissl vierer so 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 angrengen oder das ist das So. Ein starker Auftritt durch die Wand. Stellt aber auch starke Auftritte, der Burli. Da kommt mehr drauf. Erst den Stieren, dann die zwei dicken. Okay, sind beide dick im Geschäft, natürlich. Aber ist was das Schöne ist, durch das, dass die zwei sich nicht so schnell bewegen können, passt lässig und ein paar Raketen auffeiern in einer Richtung. Sie werden dann schon die Knirga eben bauen. Sehr gut. Autsch. So. 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 werden uns brauchen au so Schade erwischt. Was hat denn da? Es ist rot, gross und böse. Au! Was kommt der an, der Dicke? Egal, wir haben Raketen. Unendlich. Oh, es ist rot, doch keine Falle. Ich bin der Dicke. Ich bin der Dicke. Ich bin der Dicke. Shit. Richtig. so schnell jetzt kommt er auf die idee dass er anragen nimmt ja gut brab sam aber ich schaue noch gerade ich kann mich sehr schwach an noch was erinnern und zwar was ist weiblich zeigt brüste und fliegt naja Einmal auf der Liste haben. Na, leckt's mich. Oder? Warte mal. Ach schau. Wir werden uns ein bissel spielen mit einer. Mir ist es gerade so anweilig. So. Aber sonst nichts zu den ganzen Tag. Ah. Aber die Harpien haben in die vorigen Teile mehr Auftritt gehabt, kommt mir vor. So. Aha. Sehr fortschrittliche Alien-Technologie. Ein Stringdanger. Ja. Gut.